und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu battlefield 4 einer weitere 10 14 fast 100 ja mit joshi dem ich jetzt mal direkt nachjoine und mir amio natürlich hier dabei und ich hoffe dass mich jetzt meine frames nicht im stich lassen doch mal es gibt essen bei mir ist toll bei mir gibt es gerade essen gleich jetzt cool ich hole mir den jetzt 9 9 ich habe falsche taste gedrückt ich habe Waffe gewechselt ich habe ihn mit Granate erwischt ja Hilfe zählt als kill ja ich habe ihn mit der Granate erwischt kann ich ja nicht wiederholen ja ja ich habe ihn erwischt okay dann geh du essen und damit herzlich willkommen zu einer auch noch Session battlefield 4 mit dabei wieder der joshi und ich der amigo und sonst äh ich spawne jetzt direkt mal eben schnell bei A weil das wird nämlich sonst gerade eingenommen so und ähm wir schauen heute mal mal gucken ob wir heute noch mal äh vielleicht auch in dieser Session ein China-China-Rising-Match auf war das fängt gut an ich werde erst mal weggesnipert weil ich den Kerl nicht Sniper spielst du schon wieder als Sniper ich nein ich wurde weggesnipert so ja wie soll ich denn den vorher drauf schießen da gelb ich wurde gerade weggesnipert so nicht war ein bisschen zu spät warum man ganz aus Gott lebt alle auf Alpha wow Silos wow ey komm her brauchst du Sunny komm her ah der will wohl nicht geheilt werden fest dich in meiner Stellung bist du es schaffe ich möchte dich aber heilen gibt ein paar und dann überliebst du länger die Göttingen Moke Hilfe er gegen Fahrzeuge kann ich natürlich wenig ausrichten ich kann da habe ich doch einen gesehen hey cool ich habe einen Schalldämpfer freigeschaltet für mein Stummgewehr das ist natürlich richtig geil mal schauen wie aktiv ich den nutzen werde das weiß ich noch nicht da muss ich mich so mal eben mein Freund hier da steht er oben auf der Treppe ja ich werd grad voll ge... best wo steht einer Treppe scheiße da fährt ein Auto ach der hat mich erwischt der war zu nah an mir dran also der kam zu Schnellung erklären und ich war zu lang das üblich halt so guck ich mal da kommen ganz viele hoch da kommen ganz viele nach oben da kommen ganz viele nach oben nix lesen jetzt battle pack bekommen nach dem das ist ja voll behindert das ist ja voll behindert ne nicht behindert machen weiter das siehts schon wieder ne 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 ich will keinen Schalldämpfer die fahrer schlechtern meine Reichweite hier mein Gott wir verliehen die gerade richtig bei A-Spot oder was ja A-Spot da sind grad welche hochgegangen also sind die oben die sind wahrscheinlich auch nach oben nach oben nach oben schon oben weißt du steht so was ich meine so einer ist weg ich hab gesehen wie er aus der Latschen gibt es hier oben ist jemand ne das ist das Auto wow Aua Sniper ja da sitzt wieder ein Sniper rum auf dem Dach ach da ganz hinten am Arsch der Welt ach herrlich wie da eigentlich so ich geh jetzt einmal von der anderen Seite drauf Skuzzlebutt von E vom Echo ups ja hier meine Frames ging grad Toll da ist direkt ein Fahrzeug ey was soll ich denn als Sturmsoldat gegen das Fahrzeug bitte machen wo ist das Fahrzeug noch jemand direkt bei auf Spot E ja ich sehs grad nicht auf Spot E ja ich sehs grad nicht auf Spot ist keiner klicken könnt um zu kürzer sein für meinen Geschmack Aua 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 dass mich jemand niemand liegt hat ich war's ach kacke wie kann der mich denn ach der muss doch mal langsam sterben der acht raketen oder so brauchst du vielleicht das richtig mies da kommen gerade dass wir dann auf der brücke oben ja was ist das denn ich spawn und sterb direkt cool schöne grüße an himo keine ahnung weiter konnte ich den namen lesen fliegt schon wieder er verfolgt mich glaube ich schon finde ich war getroffen ich habe gerade noch ein bisschen problem performance hier muss ich ehrlich mal zugeben ich weiß es nicht die sehr sehr schwankt sehr stark bei mir da ist der lr wie immer noch mal habe ich 60 frames und dann habe ich wieder zwölf das schwankt sehr stark weiß nicht warum die flugkünste gewiesen hat er richtig einen kaputt gemacht ach wo kommt bitte was alter das ist manchmal echt ein bisschen crazy von wo die ein so treffen aber das ist ja ein bekanntes problem er hat sogar ein booster habe ich gar nicht muss bleiben da sind zwei auf den gebäuden wo kommt denn ja also klar einmal sieht die wieder mit einem dicken panzer oben der ist wahrscheinlich just in dem moment rein gefahren wo ich oben rausgesprungen bin weg nach oben gesucht und auf einmal stand ich in einem treppenhaus wo kann die granate der von da oben wo soll ich denn jetzt hier hin wo das wollte ich gar nicht was soll ich denn hier hin machen so dürfte karl bei e ist wieder party angesagt geht gerade geht gerade nicht so schön ah man sieht hier auch so wenig verdammte scheiße wenn wir stehen ich ja damit ich die heilen kann damit du auch ein paar treffer aushältst so wie ich die jetzt gerade von hinten abkriege und sterbe jetzt kann doch nicht ich war doch voll drauf was ist eine scheiß runde jetzt 216 also wir sind doch voll im vorteil wenn man sich mal unsere ticket dann gut wir liegen voll hinten wir sind ja voll vorteil bitte was auch kommen das kann es nicht sein ich finde es gerade auch ein bisschen sehr du musst nicht in das dach schießen ja gerade so vor dann war schließlich schon dran vorbei wo hast du überhaupt drauf geschossen wir sind sind wir gefahren bis hinten der in dem war die verloren das ist mein problem keine chance vor allem stehe ich hinter dem betonpfeiler und werde trotzdem noch von dem ding gekillt manchmal ein bisschen interessant ja schießt da müssen alle auf mich was ist das für eine scheiß runde ja manchmal kann man da nichts für ne wenn das team kacke ist dann kann man als einzelner auch nichts rausholen oder wenn die alle einfach overpowered sind ja was heißt overpowered das ist halt wenn so ein Hubschrauberpilot nicht fliegen kann dann bringt dir das auch nichts wenn du damit fließt weißt du dann sagt er uns ja natürlich springe ich da raus ich da drin bleibt sterbe ich siehst du doch da hinten segelt herunter irgendwas ballert hier schon wieder auf uns ich möchte das aber immer trifft mich auch ich kann mich hier irgendwann treffen die levis die den ziel boah die lenktiger sind auch scheiße wenn irgendwo über dir ist ehrlich gesagt nass spring da hoch mensch ich komme hier nicht hoch ich will daran dann scheiß raketenwerfer dran von wo alter von letztlich ja klar wenn ich froh wenn die runde leicht vorbei ist ja das war mich mal dass keine schöne runde aber gehört auch dazu überhaupt nicht ohne scheiße klar tolle idee über piloten am werk zwei zwanzig ich schaff das noch schaff noch die hundert die hunde aber wir haben wo man in so einem ding bahn war man kriegt alles ab kann man hier was da wollte ich doch nicht hin toll ich kann nicht über die zwei meter hohen ich sterbe menschlich von mir ist kein panzerjäger ich bin tot auch gleich oben links hat der für ein aiming scheiße knapp neben der brückkehr vorbei was war das ja wir verlieren und nicht gerade noch irgendwo also das steht schon wieder eine levi woher kommt er auf einmal cool ich habe noch zwei kills gemacht ich habe keinen plan ich habe noch ein fahrzeug gekillt 22 radar gelenkten rakete 222 finde ich echt beschreut ja glaube ich dir aber mit 26 bettel pack Alter, Satan. Da geht doch nicht noch. Nee, nach Punkten. Umso mehr Kill zu machst, umso mehr Punkte kriegst du auch, weil du pro Kill ja einen Punkt kriegst. Oder 100 Punkte kriegst oder so. 100, ja. Plus eventuellen Zusatz wegen Kopftreffer oder Revenge oder Rechaubonus. Comeback. Ja, oder sowas. Toilet. Toilet. Pipapo. Goldmuth-Bahn. Pipapo, Goldmuth-Bahn. Eroberung. Kontrolliere den Großteil der Ziele, damit der Gegner Tickets verliert. Jeder Kill kostet das gegnerische Team ein Ticket. Das Team mit den meisten Tickets gehen. Notarles-Ziele und feindliche Ziele. Nee. Die schöne Serverwerbung unten rechts im Bild. Für MHSV. Join MHSV today. Visit www.mhsv.de Browse all other MHSV Servers by searching for MHSV in Redalock. Dot. Why do we write this in English but our server is in German? That's not useful. Vielleicht weil es ein internationaler Klan ist. Ich bin Ticket. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020